Ich mach dich gesund und ich mach dich reich. Das gesündeste Getränk der Welt ist Leitungswasser. Und glaub nicht dem Bullshit, dass es irgendwie ungesund sei. Es ist eines der kontrolliertesten Lebensmittel und wir sind total privilegiert, dass wir es einfach aus der Leitung bekommen. Außerdem spart ihr euch ultra viel Kalorien im Gegensatz zu so Softdrinks oder so. Ja, ihr denkt vielleicht, das ist Möd oder wie das heißt, aber auch das ist Leitungswasser, denn das macht euch auch reich. Am Tag kostet euch das Leitungswasser 0,6 Cent. Dadurch spart ihr im Vergleich zum Flaschenwasser aufs Jahr über 180 Euro. Aber nehmen wir jetzt mal an, ihr trinkt diese Zuckerscheiße und kauft am Tag vielleicht so zwei Café Togo A 2,50 Euro. Dann zahlt ihr am Tag 8 Euro für Getränke. Das sind im Jahr 2.920 Euro. Zum Vergleich, Leitungswasser hat nur 2 Euro gekostet. Für 2.900 Euro kann ich den Lindner einmal zum Essen einladen.